Per Mertesacker kehrt in beratender Funktion zum DFB zurück. Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff bestätigte, dass der 2014er Weltmeister Teil des neuen Expertenbeirats sein wird, der eng mit Bierhoff und dessen Direktion zusammenarbeiten soll. Insgesamt sollen zehn Personen diesem Beirat angehören. Die einzigen Mitglieder sind neben Mertesacker bislang nur der frühere Bundestrainer Berti Vogts und Ex-Adidas-Chef Herbert Heiner.